Um sechs Uhr am anderen Morgen begannen wir, das Fahrzeug zu beladen. Eine Decke wurde als Segel zwischen dem Mast aus zwei gebundenen Stäben und der Rahe aufgehängt, das war das ganze Tagelwerk. Mit reichlichen Metern Seil hatte der Isländer das übrige Floß fest zusammengeschnürt, es besaß sogar ein Steuerruder. Wir luden Lebensmittel, Gepäck, Instrumente und einen ansehnlichen Süßwasservorrat ein, dann stellte sich Hans ans Steuer und wir machten los. Halt, halt, der Hafen hat noch keinen Namen. Axel, wie wär's? Mir aber lag für diese Bucht zwischen den beiderseits hervorspringenden Felsen mit dem dunklen Tunnelloch an ihrer innersten Stelle, durch das wir angekommen waren, und aus dem immer noch der Hansbach floß, ein anderer Name auf der Zunge. Grauben, Hafengrauben, macht sich bestimmt gut auf der Karte. Das trug mein Onkel ein. Der Wind kam aus Nordost und unsere Geschwindigkeit betrug rund fünf Kilometer in der Stunde. Wenn die Schätzung meines Onkels richtig war und wir die Geschwindigkeit beibehielten, mussten wir am anderen Morgen am gegenüberliegenden Ufer sein. Ich saß ganz vorn auf dem Floß. Wir waren noch gar nicht weit hinausgekommen, da öffneten sich die Küstenbegrenzungen immer weiter und um uns herum war unermessliches Meer. Wir hatten die Sicht auf die Gestarte, von denen wir aufgebrochen waren, bald verloren. Große Wolkenbänke breiteten graue Schatten über die Wasseroberfläche. Nur bisweilen fingen die Tropfen im schäumenden Fahrwasser des Floßes ein Zucken des elektrischen Lichts auf, brachen es und spiegelten es glitzernd wieder. Das Wasser lag hier draußen merkwürdig still und nur das Rauschen des Floßes verriet seine Bewegung. Gegen Mittag sah ich ungeheure Massen von Seetang in den Wellen vorbeitreiben. Ich kannte die Berichte über die Vitalität dieser Algen, wusste, dass sie in 4000 bis 5000 Metern Tiefe zu finden waren und sich bisweilen unter 400 Atmosphären Überdruck fortpflanzten. Ich wusste, dass sie Bänke bilden, in denen sich oft Schiffe verfangen. Aber ich glaube, keinem Menschen sind sie jemals in solchen Unmassen begegnet wie uns.